Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Rechts oben steht Dauerwebesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Neue Woche, es geht ja 5 Zeitrennen, diese Woche haben wir das Zeitrennen Up and Atom. Und das ist grundsätzlich gar nicht so schwer zu gewinnen, vorausgesetzt ihr fahrt mit dem richtigen Fahrzeug, kann ich euch sagen. Schauen wir zuerst mal auf die Strecke. Hier sehen wir das Ziel, ich habe mir ein Einzeichnen erspart, denn wir fahren im Prinzip so wie die Strecke ist. Genau, hier immer schön, wheelie wheelie wheelie. Ich fahre mit der voll aufgetunten Pegassi Barty 801, ihr seht sie jetzt links oben eingeblendet. Mit der ungetunten wird das nichts, das kann ich euch versichern, wenn doch, dann seid ihr verdammte Genies. Und hier sehen wir die Hakucho Drac, die müsst ihr auch tunen, wenn ihr damit gewinnen wollt. Mit der ungetunten wird das nichts, also ich habe es nicht geschafft, ihr habt es ein paar Mal versucht, ihr könnt es ja versuchen, klappt auf jeden Fall nicht. Die getunte Barty 801 ist bei mir jetzt neu, nicht zu verwechseln mit der Barty 801 RR. Ich fahre hier in diesem Fall mit der roten, wenn ihr in Zukunft eine rote Barty bei mir seht, dann ist das immer die voll aufgetunte Barty. Wenn ihr die gelbe seht, dann ist das immer die, bei der nichts ist, die Stock, die ist einfach so, wie ich sie gekauft habe. Mit der kann man auch das ein oder andere Rennen gewinnen, aber klappt halt relativ selten. Aber hier mit der voll aufgetunten klappt es, aber ihr müsst auf jeden Fall wheelie fahren, ganz viel wheelie, so wie ich das hier mache. Und dort, wo ihr keinen wheelie fahren könnt oder euch das nicht traut, müsst ihr auf jeden Fall den Stick nach vorne drücken, damit das Köpfchen nach unten geht. Damit der auch ein Ticken schneller wird. Und so gesehen ist es dann im Prinzip auch relativ leicht zu gewinnen. So kann ich euch sagen, das klappt dann auf jeden Fall. Mit dem richtigen Fahrzeug, alternativ um ein schnelles Auto. Hier ist jetzt die einzige Abkürzung, rechts rein und hier mal schön auf die Steine achten. Zwischendurch und weiter durch und weiter durch und weiter durch und zack im Ziel. 136674, jawohl. Wir haben es geschafft und 101.000 GTA-Dollar bekommen. Ja Leute, dann wie immer. Like und Abo nicht vergessen, beim Abonnieren mit die Glocke aktivieren, ganz ganz wichtig, um immer auf dem neuesten Stand meiner Videos zu sein. Und schreibt was Nettes in die Kommentare, Anregungen, Kritiken, Glückwünsche, was ihr auch immer wollt. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis später. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis später.